so es gibt seit lange mal wieder ein salmon run port und so wie es aussieht auch mal wieder mit dem guten tim am start hallo und ja da wir noch nicht mal randoms gefunden haben müssten wir das jetzt nun zu zweit durchstehen ja das kann ja was werden die map habe ich auch noch nicht gespielt also der aufbau sieht schon mal sehr interessant ab wo fängt es auch so da vorne ich bin jetzt schon komplett orientierungslos ja gut ja 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 Ich hab drei Bosse nur gesehen. Bring, oder? Ja. Wo ist denn der andere hier? Ach der hier. Komm. Ach nee, ich hab ihn ja schon einmal getroffen. Nein, diese Angler, komm ich doch zurück da. Ach nee, warum hab ich dann auch nicht mal ne Klecks? Was soll das scheiß? Weil ich werd hier weggetränkt! Nein! 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 Oh nee! Das ist so mies. Jo. Ich erfülle ständig die Quote. Wenigstens ist die Quote noch sozial. Ich werd mich schon mal langsam hin nähern. Komm schon. Okay, danke. Das war grad sehr knapp. Hab ich schon mal. Ich hab schon mal keine Tinte. Alter! Viel zu viel! Viel zu viel! Viel zu viel! Ah, scheiße! Nein! Wieso? Scheiße! Oh, das wird doch jetzt gar nichts! Oh, fuck! Oh, fuck! Ja! Jaaa! Wenigstens! So! Ach, Sepiato. Naja, gut! Der geht wenigstens noch. Mit dem kann ich wenigstens recht gut umgehen! Ja, Tendratec ist meine Main Waffe, das wird schon klappen können! ich glaube an dich so wieder dieser schirm ich mache das heute die anderen und erst mal hier in verkackt teilweise eine fische habe ich schon mal genommen da ich wollte hier nicht benutzen der egal zum glück hat man zwei eskalation ist viel zu viel los ich würde mich da gerne direkt konzentrieren da hat es kein nein oh mein gott ich versuch es Oh, Scheiße! Scheiße! Fuck! Weg! Nein! Oh, das ist schlimm! Alter! Scheiße! Das war klar! Wenigstens halbettig wurde. Wo bist du? Ich hole extra Lieferab. Hier, okay, gut, gut, gut. Okay, einfach überleben und auf irgendeine Stelle stehen. Ne, wobei nicht der Ahl kommt. Okay. Oh! Gott! Alter! Oh, ne, ich hab jetzt schon auf die dritte Welle jetzt schon keinen Bock. Oh, nein! Scheiße! Hä, alle? Beide? Okay. Beide werden lassen. Oh, Scheiße! Ne, das wird... Ne, das wird nichts! Überhaupt nicht! Vielleicht haben wir... Wenn wir uns gut einstellen, dann könnte es eventuell was werden. Oh, fuck. Ja, ich nehme schon mal einen raus. Ja, ich halte den Ahl von dir fern. Wunderbar. Hä? Hä? Ach, der ist da vorne! Oh! Ich war jetzt schon extra weit hinten, ne? Äh, äh, so dumm. Nein! Naja, okay, ist die dritte Welle, aber... Immer noch der Anfang... Nö! Boah, alter. Freut mich. Jetzt wird doch dieser Alte kommen. Hiss dich. Jetzt hab ich keine Tinte mehr da durch. Mann! Ich stelle mich da mal irgendwie... Ich stelle mich grad richtig dämlich an, irgendwie. Aha! Naja, ey. Ist das sowas Neues bei dir? Hm, eigentlich eher nicht. Es kommt schon des öfteren Vorurteils. Alter! Mann! Mann! So viel! Jaaaa! Ist klar! Ich werd so... Vernichtet! Ohohoho! Alter! Ich hab... Ich hab ein Ei, ich hab ein Ei, aber ich komm nicht richtig... Okay, du hast... Okay, du hast wenigstens... Das ist sehr gut. Nein! 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 Weg! Ja... Was hätt ich denn da noch anders tun sollen, Mann? Oh, scheiße! Hätten wir keine Zelle Blaster gekriegt, hätten wir es vielleicht schaffen können. Ja, ich glaub, dann wär's schon machbar. Jetzt war wieder total Arschkrab gewiss, aber... Wir hätten's schon schaffen können. Oh, ne! Oh, ne! Oh, war wieder so richtig emotional dabei. Ja, auch... Ach komm, ne, das interessiert uns nicht. Wir sind denselben, Mann. Das war so knapp. Ach... Aber wir hätten's wirklich schaffen können, ohne Witz! Ey, das... Ach, ne! Ne! Nein! Nein, wer weiß. Vielleicht bekommen wir gleich nochmal in zwei... Äh, in zwei Spiele... Situationen. Also, die hocken tue ich's nicht. Mmmmm... Ja, wenigstens... Vielleicht mit drei oder so. Oder vielleicht sogar... Mal mit vier, wenn's möglich wär. Das wär natürlich... Ach, damn! Schön wär's. Äh... Oha, es geht ja doch. Ja, wenigstens machbar. Aber... Ich hab wieder... Wieder so'n komisches Gefühl, dass wir das halt zum Verkacken... Weil... Salmon One mit Randoms funktioniert nie. So'n 99,9% mit Periode. Oh, ne, es geht. So schlimm ist es jetzt nicht. Das hat aber ich meistens der Fall gehabt, der... Ohne Witz. Das ist... Deswegen... Zurk ist schon fast gar nicht... Uh, jetzt schon exklusiv... Äh, hä? Hä? Bär Blaster? Gibt's doch keine neuen Waffen mehr oder das? Hatten keinen Bock mehr, nach einer neuen Waffe zu machen. Soll irgendwann nochmal einen Sniper geben, aber... Nein, wir hatten bis... Bis jetzt, äh, der Bär-Ploviator... Ach, der... Der Bär... Ja, Bär-Ploviator war auch mal dabei. Der Bär-Ploviator war auf jeden Fall der Erste. Das weiß ich auf jeden Fall. Geil. Der Bär-Ploviator war der Zweite und Neueste. Ja... Ja... Mh... Das war's eigentlich sogar schon. Ja, und es soll halt nur einen Sniper geben. Ja... Laut... Wie geht's? Aber zum Glück, dass es, äh... Naja, okay, was heißt zum Glück... Wäre schon auch so geil gewesen. Ach, genau, ich fall natürlich auch direkt ins Wasser rein. Aber... So... Äh... Extra diese Exklusiv-Waffen oder so, dass es die normal geben wär, ey. Das wär so krass OP. Okay... Ja, bringt doch eure Eier erstmal weg hier. Ähm... Ja, bis jetzt... Achso, ist doch grad Motor-Shit. Das bemerk ich jetzt grade, ey. Das ist so... Ach, Mann. Fünf Jahre später mit irgendwelchen Sachen klauen. Und schon heute hab ich fast keine Tinder. Yay! Ich hab grad'n Eier geklaut. Ja... Eier wegbringen, eh Idioten. So... Wenn ich meinen sie nicht, wenn ich meinen die andere. Ja, passt schon, passt schon. So... Noch eins, komm! Irgendeiner! Ähm... Oh Gott, Mann. Kön... Alter, können... Oh, Mann! Ich hätte die Plattform gebraucht. Nein, ich... Ich bin wieder da ins Wasser gelatscht. Reingesprungen sogar. So... Ah... Na, okay. Wenigstens haben wir die Plattform geschafft. Oh! Ich wollte nicht... Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh... Nee! Oh, das sah zu witzig aus. Oh, Gasha! Hm... Oh Gott, die Super. Na toll. Naja... Das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Oh! Hab ihn! Alle zu mir! Jungs! Oh, Mädels! Ah, vielleicht auch mal wirklich drücken. So. Hilfe! Also jetzt ist er wieder da hinten. Kann die Plattform mal wieder kommen? Ah, Mann. Oh, das ist ja... Die Goldie ist ja mega schlecht hier. Äh... Mega schlimm hier. Oh, ich hab ihn. Wieso hab ich extra Trommel rumgeschwimmen, um zum Korb zu kommen, weil die Plattformen da auf der anderen Seite waren. Oh... 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 das ist viel los der alte ist aber noch da und der eine typ ist ein komisch der stapler auch noch also wie viel kommt mir noch an angeschissen erst mal den stapler den einmal weg sind sogar zwei jahre ist klar ne 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 hat redet ach so dass schon auf einer plattform da geht so an gemacht hin zu viel los zu viel los oder füllt ja sehr gut wieder so ein boss typ einer ist tot alter ja es ist zu viel los es ist zu viel los hier verdammte scheiße okay ach ja 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 ich habe die zwei noch gehabt ja jetzt bringt es auch nicht mehr noch mal die letzten 0 die seiten ok das lief wenigstens besser als die letzte ja aber es wäre auch fast machbar gewesen auch gott auch gott ich brauche einen neuen rang okay wobei eigentlich eher nicht unbedingt zwingen sonst was noch schwerer doch bitte ich will wenigstens die 200 schaffen ich wenigstens erst für diese schutz sicher die gummischen mund schutz was zur hälfte aussieht es sieht wie so eine kleine gasmaske ich weiß nicht was ich von diesen plattform halten soll ich mag meine ich mag die ne ich mag die ne ich fange schön gleich an mit der snipe ja toll na ja deswegen ist es jetzt als dritt roll das ist ja der Alpha, damit gehts wenigstens so, der ist schon mal weg ach, die anderen Spastis sind auch schon dabei, ach ne komm weg damit oh, das war klar, runter so, der Schirmtyp kommt gleich, so brauche ich noch nicht mal ne Ansage, daraus zu machen, schubs, schubs, ist noch weg, immer wahr, wird fliegt hier spät ein Brot so ne, ich hab da kein Ei, scheiße ok, der Motorradtyp wird auch grad ok, das ist schon, läuft einwandfrei so, die Pfote haben wir schon na, das kommt sogar schnell schon wird er ja, der Ring ist schon, auch ne komm, zeig dein kräßliches Gesicht und auch nicht so holt euch die Eier ich weiß noch da, mit einer hier, der Hilfe braucht ok, der hat sich selbst gerettet da Alter ver-pisst euch also ein Eck auch noch vor ok, gut Warum? Wann machen sie jetzt mal die Sniper rein, ey? Die Bärb-Sniper rein? Das war schon interessant. So ein Kleckser. Ich dachte jetzt schon. War ja ein Kleckser. Oh, nö. Na okay, das geht noch, das geht noch. Zum Glück bin ich die Zerper, ne? Alle hinten auch noch. Okay. Hey, hier sind nur so ein paar einzelne. Wo geht denn hier die Party ab? Ich mein... Okay, das war noch grad noch so drauf. Schirmtyp ist auch wieder anwesend. Hä, wissen wir. So, jetzt hat er Warner sehen, dann... Okay, eine Partie bitte. Dann klar, gerne. Kann man bekommen. Die hätten meine Bombe nicht wiederbelebt. Okay, Aal. Oder wie auch immer. Na komm, geh weg. Nein, geh weg. Boah. Alter. Okay, er ist tot. Nice. Wie ich diese Bombe für diesen Penner oder hasse, ey. Das ist echt persönlich gerade so kacke. Komm, piss dich weg. Hä, ich hätte fast gehabt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, endlich. Hä? Als ob ich kein Ei eingesammelt habe. Äh. Okay. Oder ein Rush längst. Alter. Diese kleinen Mini-Spastis. Okay. Oh. Gut. 22 ist doch eine schöne Sache. Wunderbare Summe. So. Ja. Fernblasser. Oh Gott. Oh Gott. Ich seh schon den Tod. Oh, bitte nicht. Oh, da hinten kommt ein Aal. Geht schon. Oh, Mann. Okay, da geh ich wieder zurück. Ist schon tot. Jo. Und einer von uns auch. Zum Glück bin ich's nicht. Hätte ich dir zugetraut, weißt du? Ja, ja. Mir kann man alles zugetrauen. Ich stell mich irgendwie so richtig beschissen an. Ach ja, das kenn ich aber auch. Ich stell mich manchmal auch sehr beschissen an. Und wir haben ein Proto. Alter, wie schnell seid ihr, ey. Ich glaub, ich verzieh mich etwas weiter nach hinten. Ne, 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 ich hab's mir... Nein. Oh, ich wollte noch zurück auf der Plattform. Aber nein. Ich geh mal da baden. Oh, es macht ja so viel Spaß, Eier zu farmen, weißt du. Ja, einundzwanzig. Klar. Wenn mich einer irgendwie... retten könnte, wäre ich euch... gerne dankbar, dankbar. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ich glaub ich werd's gar nicht sehen, oder? Ja. Das war nur ein Wasserunfall. So. Oh. So. Oh, ich hab's nicht. Ähm. In jeden Fall. Sehr schön, danke. So. Okay. Oh. War auf jeden Fall gut. Es war auf jeden Fall schon wieder besser. Also, also schwerer kann man sich ja weniger. Genau. So seh ich das. Einwandfreue Spitze. So. Und wer hat's natürlich euch gecarried? Ja, richtig, ne. Du. Auf jeden Fall. Der Meister. Ja, wer hat's uns. Ja. Bitte, du bringen mir all deinen S-Genius bei. Ja. Ja, das... Das dauert noch ein bisschen. Das hat höchste Priorität. Das hat so ne besondere Taktik. Ja, okay. Die... Die Taktik ist so gut, dass ich die gar nicht erlernen kann. Genau. Die ist so... Special. Naja, einfach eher nothing special. So special wie, wenn ich mal gute Teammates im Rangkampf habe. Ja, genau so ungefähr. Ja, ha. Also, kein Wunder, dass ich das nicht erlernen kann. Ja, mal schauen. Erstmal hinter der letzten Runde. Die letzten zwei Runden waren dann wenigstens wunderbar. Nächste Runde wird übrigens Nacht. Und der erste ist schon voll schön. Nein, ich... Ich... Ich werde dir nicht... Nein, wir werden... Ich werde dir nicht wieder bringen. Ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Freiwillig. Ich war nur so frei. Ich war nur so frei. Er stand ja genau neben mir. Tja. Passiert. Ja, gut. Soll ich aber unmöglich dich umbringen. Aber besser vorher als nachher. Ja, genau. Oder... Während... Dessen. Alter, diese... Minis. Legt mich auf. Ja, das sind die schlimmsten. Ja, als ob ich nicht ganz knapp über diese Plattform komme und da baden gehe. Ist klar. Da hab ich ja schon mal einen perfekten Name, wie ich den Part benennen werde. So lange nicht mehr geduscht, bis ich baden gehen muss. Boah, der Typ ist schon wieder tot gewesen. Ja. So. Ja. Ja. Hier sind noch zwei. Einen hole ich mich schon mal. Einmal ist noch übrig. Also, ich bin noch beim Ei. Sehr schön. Boah. Immer alle hinten spontan. Schade ich's noch, schade ich's noch. Ist schon da der Typ. Neu. Der Typ ist noch ein O. Der Typ ist noch ein Verrecken, ne? Ja. Oh, ne. Nicht schon wieder. Oh, ne. Für Bad Blaster. Hätte ich nicht den Bad Blaster nutzen, irgendwie bekommen können, dann... Hey. Okay, okay. Okay, doch nicht runtergefallen. Gut. Wird super, wie ich's schaffe und du nicht. Es war nur ganz knapp. Hm, nein. Gut. Das Daumen. So. Alles auch wieder dabei. Toll. Hm, wie ich den lieb... Ne, okay, jetzt... War das noch eine Idee? Okay, ne, doch. Hab ich doch recht gut angestellt. Ne, komm, weg mit dir. Dankeschön. Ne, 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 ne. Ich will ja nicht sagen, oder so, aber die Hilfe hätte schon früher kommen können. Hehehehe. Naja, ne. Kann vorkommen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, der eine, der hat jetzt gefordert mitzuspielen, der wird so viel sterben, glaube ich. Der kann ja gleich DC gehen, ey. Müsse weniger Eier holen. Ja, ne, ne Quote einmal haben wir ja schon, jetzt passt das. Das könnten wir theoretisch eigentlich nur noch irgendwo rumlaufen und ausweichen. Rein theoretisch. Genau. Aber wir machen einfach weiter, weil wir's können. Und wollen ja mehr belohnen. Genau. Nein, 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 nein. Ich hasse halt diesen Grabplatz. Ja, ich mag den auch nicht. Das ist übrigens eine Skine, oder? Ist das auch noch weiblich? Ja. Ich glaube, das ist weiblich. Sieht aber nicht so aus. So hässlich, wie der ist. Oh. Er sagt, dass jeder Frau Schönes. Ja, jetzt hab ich ihn endlich wieder. Jetzt kann ich wieder richtig abgehen. Hm. Okay, Wasser steigt. Es ist fucking Dunkel. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och, ne. Ne, wobei, ich hab, ich hab der, der, der Blaster, da geht das sogar. Kommt alle her. Diesmal lass ich's dazu. Es ist alles zu dürfen. Und nur einer. Oh, so ein Striker oder so. Jetzt hab ich keine Zinde mehr. Okay, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist zu viel los. Es ist zu viel los. Die Hälfte ist am sterben. Ja, ich hab wenigstens gerade den Lack. Schauen wir's mal durch an, wie es sieht werde. Es ist, ja, ja, perfekt mit der Ahnensage, als ob ich es nicht wusste. Ist klar. Kommt, da pisst ihr euch. Weg. Weg. Alter. Ich zermetzl euch alle. Nein. Ey, wenn man einmal nicht zerrt durchdrückt zum Schießen, dann hast du sie direkt verloren irgendwie. Ich werd da doch fast gestohlen. Oder so, genau. Oh, holy shit. Ja, bin ich wieder. Kann ich wenigstens mal meine Zinde aufladen? Dankeschön. Okay, das Gefühl, dass nur wir beide angesiedelt werden. Ja, gell. Ist echt so. Voll die Verarsche. Hä? Hä? Ich hab meine Ulti gerade benutzt. Hä? Betrug? Du wirst wahrscheinlich noch nicht Schläge geguckt bekommen. Das kann sein. Boah, das war reulig. Nein, nein, ich hab keine Zinde gehabt, aber wir haben's geschafft. Ja. Und 27? Ja, also. Puh. Ha, ha, Gott. So macht man das. Na gut. Oh, die letzte Runde hat mir den Rest gegeben, ey. Das war so scheiße, ich hätte den fern lassen, ne? Das ging gar nicht. Oh, Gott. Aber zum Glück hab ich den Bärplaster gehabt. Da war ich zum Glück nicht so scheiße und ich bin Führungskraft. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt brauch ich erstmal eine Pause, ey. Oh Gott. Oh Gott, 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 Gott. Ich geh nicht weiter. Puh. Aber okay. Zeit vorbei. Wunderbar. Nein, nein. Stopp, 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 stopp. Irgendwie. Okay, keine Ahnung. Scheiße. Ähm. Ähm. Ja, dann mach ich's einfach schnell. Okay, gut. Ähm. Ihr seht zwar noch ein bisschen, aber ich mach gleich sowieso mit der Aufnahme Schluss. Deswegen, wenn das euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und, äh. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, also, wenn ihr wollt, könnt ihr doch mal hier vorbeigucken. Ähm. Genau, hätte ich auch fast vergessen. Das wäre nicht so ehrenhaft. Ähm. Und ja. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und, tschau Leute. Macht's gut. Tschau.